Das war der Anstoß. Spiel läuft. Das war Pech. Super Freistoß. Zentimeter fehlen. Das Ding geht ganz knapp drüber. Der hätte richtig... Reus. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Und die Chance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Und jetzt Reus. Ach, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gegründet. Kompromisslos geht er da hin. Sehr gut. Jetzt ein Eckball. Und vielleicht packen sie die Führung hier. Goretzka. Thomas Müller. Das ist jetzt seine Chance. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Anfang im historisch. Bis zum nächsten Mal.